So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Letztes Mal war ja TheCave dabei und jetzt bin ich wieder alleine. Naja, wir haben jetzt, also er hat ja in Let's Play eine Höhle gefunden. Da habe ich jetzt wieder aufgeschrieben. Können wir auch mal hingehen. Also es ist der weiße Pfeil in der Minimap da oben. Das sieht man jetzt nicht. Also der weiße Pfeil in der Richtung. Da ist die Höhle. Die da. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir gehen nochmal jetzt in die Höhle und bauen den Weg zum Portal ein bisschen um. Wir haben ja jetzt, boah. Da nehme ich mal einen mit. So. Das. Das. Und das. Was noch? Das. Diese. Ja. Ich habe gerade Schritte gehört. Ja, gut. So. Ja, die Minimap habe ich also. Ich habe jetzt die Koordinaten mal. Damit. Wie soll ich sagen. Ähm. Also Wegpunkte gemacht. Das war ja im letzten Mal nicht. Essen, Mann. Nee. Futter. So. Müsste reichen. Erstmal. Gut. Äh. Noch mal was. Axt brauchen wir jetzt in der Höhle nicht. Steine mal. Ist ein bisschen wenig. Hm. Also, weil ich will nämlich einen Weg, also Cobblestone-Weg bauen. Und, also bis zu einem anderen Portal. Also so den Weg weiter und dann halt noch überdacht vielleicht. Nicht, nur nicht so tief, sondern vielleicht noch eine Höhe, damit man hier ein bisschen besser laufen kann, deswegen ein bisschen Weg bauen, ne? Wenn wir gehen jetzt total langsam, oh. Oh. Ist blöd hier. Also, ich will einfach erstmal ausfüllen, danach können wir ja dann einen Koppel legen. Kriegen wir auch noch ein bisschen mehr Stein von hier. Äh, ich müsste, ja, da hoch, genau. Dann, machen wir das so. Oh, nö. So, so. So, so, so. Boah, wie geht das jetzt? Machen wir jetzt einfach hier gerade aus, weil da, da wollen wir gucken erstmal, was da ist. Ich hab hier, das ist keine Lava. Wenn ich jetzt hier weiter, da weitermache, kommen wir genau auf die Lava zu. Das ist jetzt blöd. Blöd. Egal, wir machen einfach jetzt erstmal einen Weg weiter und dann gucken wir mal. Aber wir brauchen noch mehr Spitzhacken. Seitdem. Naja, egal. Fangen wir erstmal weiter. Oh, das war knapp. Ah, hier ist die Höhle. Die Höhle. Wie viele Steine wir aber jetzt hier kriegen. Schon viel. Hau ab. Hau ab. So. Jetzt müssen wir die Lava da abklemmen. Das ist... So. Einfach mal hier weg. Schwinde. Oh, wo läuft denn das jetzt hin? Schwindet das überhaupt mal komplett? Habe ich ihn wieder drin? Ja, ich habe den Mod wieder drin. Mit dem Inventory-Mod. Also es geht wieder. Was soll jetzt hier bitte eine Hülle sein? Boah, hinkt das. Ich tu hier gerade die komplette Erde, also komplett alles. Jetzt brenne ich. Oh, jetzt sterbe ich sogar noch. Boah, ich kann ja nicht. Ein Herz, äh ein halbes Herz. Ein halbes Herz. Jetzt kommt da die Lava auf mich zu, gibt es ja nicht. Dass hier noch kein Gas, noch kein Gas gekommen ist. So, alles mal wegmachen da. Erschwinden tut er sowieso nicht. Aber das noch weg. Jetzt erstmal ein bisschen wiederholen. Das sieht jetzt alles wie immer ein bisschen komisch aus. Ja, wir müssen dann gleich wieder zurück, weil ich habe keine, nur eine Spitzende mit. Ist ja auch blöd. Ah, da ist irgendwo ein Slime. Nur wo? Autsch. Ist der hier irgendwo? Da ist er ja. Da ist noch einer. Komm mal hin, gut. Na du. So, machen wir uns mal mit der Hand platt. Ich weiß ja nicht. Vielleicht kriegt man ja da jetzt mehr raus, weiß ja nicht. Auf jeden Fall einen. Was ist das? Magma Creme kriegt man. Da ist noch einer. Oh, nur einer, Mist. Oh, er hat gehoben. Das hat aber mal gehoben. Na komm. Jetzt erwischt ich jetzt das. Wo ging das denn so? Ach nee, man kriegt ja nur aus denen. Ach, genau so war das. Wo war er? Da ist noch. Das ist doch Da ist noch einer so Aua Hö, da war noch Da, da liegt es ja So, zwei Stück, jetzt gehen wir wieder zurück und bauen Da müssen wir auch noch hoch Ah Dieser Sand Also im Glück sind die Tore ja nicht so weit weg, aber Da können wir schon Müssen wir nicht so weit bauen wenigstens Müssen wir wieder was essen So Ich glaube ich mach die Spitzhacke noch weg und dann gehen wir wieder Gehen wir wieder zurück und holen die Spitzhacke und machen weiter Und dann Gehen wir in Die Mine Oh, warte mal Müsste gehen Ne Müsste nicht gehen Mist Da ist sie weg Und da ist sie weg Ich will jetzt mal was gucken Okay nochmal, okay das ist gut So, dann hauen wir mal wieder ab Gehen gleich wieder hin, holen nur ne Spitzhacke Müsste gehen Müsste gehen Müsste gehen wir Da haben wir noch Ah, wir haben noch ein Eisen Wir benutzen wir erstmal dieses So, Spitzhacke Holz Haben wir noch Stäbe Haben wir noch Stäbe Wir haben noch Stäbe So So, noch eine Das war's Tu mal den Rest noch weg Damit wir das nicht verlieren, wenn wir sterben So Das Naja, das ist jetzt nicht so wichtig Ne, das lassen wir mal drin So, weiter geht's Ist das schon Nacht draußen Zu Boah Hilfe Zup So, dann geht's weiter Nur da, wie wir das da machen Hm Das ist jetzt blöd Dann müssen wir das früher abklemmen Damit Ja, gut, dann Das ist mal hier wieder weg Das hier sieht total scheiße aus Dann machen wir lieber zu Dann kann man's so lassen Dann merkt das keiner Hier, das müssen wir Ja Jetzt müssen wir hier runter Ja Ich hab dann fangen wir hier an runter zu gehen So